Ein Sommer wie im Urlaub. So heißt unser Sommer-Event-Programm in den drei Toskana-Thermen in Bad Sulza, Bad Schandau und Bad Orb. Es findet statt vom 1. Juli bis zum 31. August. Und jetzt denken Sie sich wahrscheinlich, Sommer, warme Temperaturen, Therme, wie passt das zusammen? Nun, es passt sehr gut zusammen, denn es nennt sich thermoindifferentes Baden. Es wird dem Körper sozusagen kein Kälteschock zugemutet, denn die Körpertemperatur, Wassertemperatur und die Lufttemperatur sind auf einer Höhe. Und wenn Sie mehr zu unserem Sommerprogramm wissen möchten, dann schauen Sie einfach in unseren Flyer. Ein Sommer wie im Urlaub. Oder schauen Sie auf www.toskana-world.net. PPP. 00 Untertitelung des ZDF, 2020